Hallo, hauen, wuff, wuff und so. Einmal die Fäuste schwingen. Hier, ich mache mal das Tor zu, damit sich keiner beschweren kann. Das Lebenswunder. Äh, klappt super nicht. Das Blitzwunder, das klappt umso besser. Habe ich die zerschmettert? Oh. Oh, ja, die Rechnung bitte. Hauen die sich? Ich meine, sie ist nicht so ganz fit, ne? Das muss man auch bedenken. Hm. Die stehen viel zu weit weg. Wie wollen die da kämpfen? Die brauchen mal einen guten Coach. Ey, immerhin wird das hier schon aufgebaut. Das ist gut. Ich mache jetzt mit jedem Mal, wo hier Gebäude zerstört werden, mache ich prolligere Gebäude hin. Oh. Schutzzauber. Oh, Schutzzauber. Hallo, ich will Schutzzauber. Warum? Schutzzauber. Jetzt wahrscheinlich eh egal. Jetzt zu spät. Ich muss immer hier einen Blick haben. Ich hätte gerne Tasten. Einfach Tasten, mit denen ich die Zauber herstellen kann. Nicht irgendwelches rumgefuchtel. Wasserwunder. Hier, komm. Zack, einmal das Wasser rein. So, damit das nicht noch weiter abbrennt. Weil wenn es brennt, dann verliert es an Rohstoffen. Oder dann steigt der Bedarf an Rohstoffen. Um es wieder zu vervollständigen. Die hauen sich. Schön auf die Mappe. Ja, also fast schön. Ich meine, sie ist ja Kämpfer, ne? Pam. Pam. Oh, schöne Faust. Oh. Na siehste. Hier, mach mal zwischendurch das kaputt. Sie ist ein bisschen grantig, glaube ich. Ah, okay. Sie macht erst mal ihn fertig. Was machen die hier jetzt? Sie wollen mich ärgern. Das wollen die sich doch mal überlegt haben. Blitzwunder. Zack. Oh. Getroffen. Oh. 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 Das war gut. Erschauerlicherweise. Das war auch ganz okay. Das ist so. Oh. Ich hab getroffen. Ist das kaputt? Ja, aber guck mal, wie gut das funktioniert hat. Jetzt muss ich da nur noch ganz oben hinkommen. Ja. Oh. Oh. Ich bin begeistert. Ein bisschen. Wo kommt die jetzt her? Die sind ja nackt. Also fast. Ich hab keine Mana mehr. Also nicht mehr genug. Das muss sich ändern. Was? Wie? Warum stehen hier Leute? Das sind nur alte Leute. Ich brauch mehr Leute am Zauberkasten. Hier, Kinders. Ich brauch euch. Gläubige. Bekehrte Gläubige. Bekehrte Gläubige. Ich würde die gerne alle auf einen Schlag loslassen. Aber das geht ja nicht. Dann gibt's Tote. So. Du machst das Ding hier. Du machst das komplett mal platt. Das darf niemand mehr aufbauen. Ja, die wollen halt angreifen hier. Wir haben viel zu lange gewartet eigentlich. Das ist noch nicht so weit. Auch hier stehen die. Meine Güte. Die belagern uns halt ein bisschen. Und Phil, die kann auch nicht wirklich was gegen einrichten. Weil die halt die Ballisten haben. Wobei, hier haben sie keine. Die haben einen Katapult. Katapulte. Soll ich jetzt warten, bis der Gegner mich angreift? Oder wie läuft das hier? Die wollen was zu essen haben. Hi, Wunder. Hier, bitteschön. Ja. Oh. Falte Seite. Dann machen wir denen mal was zu essen. So. Einmal in die Mikrowelle das ganze Zeug. Ach ja, unten haben sie doch was. Hatten wir diesen Wald hier angepflanzt? Selber, persönlich? War das so? Das ist kaputt. Sie hängt auch noch daran. Nein, hier, das soll sich jetzt Orkan wundern. Ja, sie ampelt da immer noch rum. Hm. Hm, hm, hm. Ich brauche eigentlich ganz viel Mana. Wie sieht es hier aus? Wie viele habe ich da? Hallo? Äh, steht ja nicht. Wenn ich da drüber halte. 9000. Ja, aber wer soll den denn auslösen? Ja, sind wir mal ehrlich. Ich brauche einen Blitz. Wunder. Ich will nochmal. Oh. Okay, damit haben wir uns fast nur selbst getroffen. Das war die falsche Taste. Ich will, ich treffe immer leicht daneben. Also, etwas sehr leicht. Ich brauche das ganze Mana hier. Kann er mal sterben? Hallo? Schildi? Der ist doch schon, der ist doch schon tot. Du brauchst nicht auf der Leiche rumtrampeln. Das ist doch Quatsch. So, ihr kommt mit. Ihr müsst mal wieder für mich beten. Ja, ich brauche... Ich brauche nur einen Stoff. Versuchst du etwa, meine Unterkranen zu beeindrucken? Ich glaube, sie kommen an. Sie kommen an. Verdammt. Er löst den Orkan aus. Hallo? Ah, Junge. Der meint es jetzt aber ernst. Hallo? Warum drückt der mal auf die falsche Taste? Schildwunder. Okay, er konnte sie nicht... Er greift an, aber er kann nichts machen. Das geht jetzt auf seine eigenen hier. Nein. Wie sieht es hier oben aus? Blitzwunder. Blitzwunder. Ich habe... Habe ich keinen Mana mehr. Doch. Schildi muss halt nach Hause kommen jetzt. Unsere Stadt wird angegriffen. Wobei sie darf hier oben hin attackieren. Ich weiß nicht. Ich kann nicht ans Orkanwunder ran. Das ist doof. Das ist sehr doof. Der löste halt schon wieder den Orkan aus. Wie... Ah. Schildi hing halt bei dem Gegner fest. Bei... Bei dem... Bei dem Viech. Ja, kann ich es abbrechen? Ja, kann ich. Verdammt. Echt mal... Gut, dass ich vorhin... Vorhin irgendwann mal abgespeichert habe. Hier, hepp. Welch mit euch? Kann sie denn jetzt ja hier halt mal darunter? Sie hängt ja immer noch fest. Ey, was soll denn das? Das ist jetzt echt ein Bug. Schildi. So. Ah, jetzt steht auf einmal auf. Okay. Ich habe mir weh getan. Ja, ich tue mir auch gerade weh. Nein, mache ich auch nicht. Der kommt jetzt aber echt nicht mit dem ganzen... ...behe ich einen Typen hier an. Das könnte, glaube ich, wehtun. Nein, nicht mein Haus. Schildwunder, Schildwunder. Hier, komm. Zack. Na ja. Blitzwunder. Ja, bitteschön. Alles kaputt. Ich meine, es ist effektiv, aber... Wie sieht denn das aus? Hier ist auch alles kaputt. Ich habe halt keinen Mana gerade. Das ist halt echt nicht so schön. So, die beiden Teile zerfallen, hoffentlich. Sie zerfallen. Aber er greift jetzt mit allem an, was er hat. Und hier sind so viele alte Leute. Ja, generiert... ...generiert Lebensfreude. Ich brauche noch mehr von euch. Ist jetzt gerade mal ein bisschen dramatisch hier. Sag ich mal. Ich meine, ich kann noch Leute opfern, aber so schlimm bin ich jetzt auch nicht. Sie nehmen die Stadt ins Visier. Ja, es tut auch weh, das da reinzunehmen. Ach, hier sind sie. Hallo. Okay. So, der kann weg. Schildi, wo bist du? Schildi ist tot. Verdammt. Sie ist tatsächlich tot. Aber wenn wir das hier überleben, wie sieht das dann aus? Okay, Schildi ist... ...hat einen interessanten Ort. Wenn wir das hier überleben... ...haben wir keine Stadt. Wir haben gar nichts. Wir haben... ...wir haben... ...wir haben echt nichts. Wir brauchen noch... ...immerhin nur noch 7000 Eindruck, aber trotzdem. Ich habe gerade keine Freizeit für euch. Hier ist auch noch nicht aufgeladen, sonst hätte ich das einfach... ...sonst hätte ich Vulkan einfach hier genau hingesetzt. Blitz ist aktiv. So, aber Blitz ist aktiv. Es kann relativ viel... Oh, das war gut. Oh, das war gut. Ohne mich selbst loben zu wollen, aber oh, das war gut. Ich habe da auch noch was mit zu reden. Das ist doch keine Stadt mehr. Das ist ein halbes Schlachtfeld hier. Das kannst du ruhig haben. Mist. Wie sieht es aus, haben wir irgendwelche schönen Steinen, mit denen wir rollen können? Hier, zack, der zum Beispiel. Wobei, zack, hier. Guck mal. Ha, ha, ha. Ha, ha. Reingelegt. So. Hier auch noch mal. Blitz. Wow, ich habe drei Leute getroffen. Zielet auf ihre Waffenkammer. Können die mal sterben hier? Die anderen hier oben machen nichts. Sie haben so wenig zu tun, dass sie einfach nur in der Gegend sind. herumstehen. Das ist auch gut. Das Schildi ist wieder da. Da kann Schildi das kleine Gegröße hier ja vor der Stadt jetzt mal weghauen. Das andere hier, das macht mir halt Sorgen ein wenig. Muss ich ja zugeben. Ich meine, die haben jetzt so ein paar Häuser hier. Das geht mittlerweile schon. Oh, das war ein Baum. Aber es ist halt noch nicht die Stadt, die ich mir wünsche. oder die eigentlich notwendig ist, um hier irgendwas auszurichten. Du bringst deiner Stadt die Ordnung. Ich bringe das Chaos. Ja. Das habe ich früher auch immer gesagt. So, zack, da eins hin. Jetzt kommen die hier an. Schildi, hau ab da. Du musst leben. Komm, die anderen auch, die kommen nicht an. Okay, das ist gut. Sie sind immerhin so schlau und kommen nicht von allen Seiten gleichzeitig. Also schlau für uns. Ja, aber es hat schon mal geholfen hier. Sie macht das aber auch nochmal. Das ist gut, super. Die Frage ist, wie kann man komplett ohne Armee hier erfolgreich sein? Äh, anscheinend gar nicht. Ja, ist ja gut. Jetzt kommen sie hier auch an. Verdammt. Äh, Stein. Ich habe sonst nichts. Pam. Oh nein, wir beseitigen Geister mit einem Stein. So, was machen sie hier oben denn? Sind sie schon drin? Nein. Die stehen halt auch noch vor den Mauern hier. Das geht. Das ist gut, ja. Die anderen hier kommen. Ihr olles Gemüppel da. Geht mal weg. Ich habe vielleicht keine Steine mehr zum Schmeißen. Hier, das Kieselchen. Kiesel... Roll! Hier sind sie jetzt langsam drinnen. Das ist doof. Das hier oben macht mir allerdings mehr Sorgen. Vielleicht verständlich. Ja, hier sind ganz viele Steine. Okay, okay. Die dicken Steine bringen auch noch mal ein bisschen mehr. Und... Pam, die fallen aber auch langsam. Oh! Hier, ihr müsst auch weg. Zack. Es ist der einfachste Weg. Blitz ist noch nicht wieder aufgeladen. Hier, die Katapulte, die müssen einfach mal weg. Ist aber auch ein Klumpen hier. Ohoho! Wir werden so böse sein. Das finde ich eigentlich nicht gut, aber... Wahrscheinlich, weil es böse ist. Aber es ist halt gerade mal so... So der neueste Trend, den ich hier einschlage. Mehr oder weniger unfreiwillig. Ich habe immer noch kein... Zauber Zeugs. Hier sind doch schon so viele Leute. Was machen die denn? Was sind das für Zeichen? Die haben nichts zu essen. Verdammt! Ich kann mir ja auch... Lebenswunder ist nicht vollständig. Verdammt! Die brauchen was zu essen. Vielleicht muss ich sagen, das ist... Ein Punkt... Bei diesem Spiel... Es ist... Früher war das ja beim ersten Teil so. Da brauchen die ja direkt oben am Tempel auch immer was zu essen. Und ich habe das immer vergessen. Den da was hinzustellen. Das war ein bisschen nicht so gut. Sag ich mal. So. Oh. Entschuldigung, ich habe das geteilt. Fällt der jetzt langsamer? Ich meine schneller. Weil der nicht mehr so massiv ist. Jemand von der anderen Seite. Hier sind auch überall Leute. Das sind... Echte Menschen. Okay, keine Skelette. So, haben wir noch einen Blitzer hin. Das ist alles super. Wunderbar. Hat es geschafft. Er hat geklappt. Noch ein kleines Blitzchen hier hin. Jo. Wir haben das abgewehrt. Erstaunlicherweise. Das stattfindet. Haha. Sieh nur, wie meine Truppen liegt. Ich blitzi. So, Schildi. Mach kaputt. Wir sind so böse jetzt eigentlich. Boah, es stimmt gar nicht. Blitzwunder. Blitzi. Blitz. Blitz. Das hat nichts... Das hat gar nichts gebracht. Hier, komm. Ich rummel euch kaputt. Einfach per Hand. So. Ja, sie macht das schon. Sie kann das. Sie ist Profi. das stadtzentrum fällt bald ja wohin fällt das denn ok also der gegner meint es halt ernst so langsam ja sie macht das schon also hier kommen halt noch ein paar leute was alles nicht so wild zack waren das alle da ist noch einer da unten den erschlag ich mit getreide so der geht weg mit der die hand gottes wird ihn vermöbeln muss doch eigentlich eine ehre sein von einer riesigen hand geplättet werden eine göttliche hand hat doch nicht jeder jemand will auch nicht jeder haben sie brauchen was zu essen ich meine es ist eigentlich schon von der gegend her ist es alles schon ok produktivität ist alles voll in dufto ich guck mal eben wie es denn hier aussieht wir brauchen noch wir haben bereits brauchen noch 9600 eindruck das ist viel hahaha hahaha trottel so brauchen wir immer noch 9000 eindruck ich werde schon recht eindrucksvoll was also habe ich gebäude fertig gebaut oder habe ich durch die durch das leichte vernichtelei jetzt hier wo durch kam das jetzt wenn ich kann die die dörfer auch anschlagen und dann halt die per eindruck einnehmen so ist ja nicht so machen wir es mal so die häuser brennen so ein bisschen verringert das deren wert 7600 ich weiß nicht genau ich glaube fast dass er unsere fertigen dörfer hier ich meine fertigen häuser dafür verantwortlich waren dass wir so unseren kleinen bonus bekommen haben habe ich was für das denn was für das denn ich baue mir jetzt hier oben einfach die stadt ist mir egal das orkanwunder geht immer nur da unten dann habe ich den eindruck was wollte ich denn ich wollte einen herrenhaus haben zack zack und zack das wäre nicht sehr stimmungsfördernd aber immerhin ist es da unseren kinder hort wollte ich auch noch haben ist da jetzt kein platz mehr für kinder 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 wo bist du kinder kinder krippe nein da war noch nie platz für das kann eigentlich aber wo kann das immerhin hier sind halt keine und da sind keine häuser das bringt nichts ja die mauren sind die eigentlich noch heile nein